Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Smash Sunday. Ja, ich bin der Gewinner. Ich bin der Gewinner. Ich bin der Gewinner, Ole. Da haben wir festgestellt haben. Ich habe gewonnen, Ole. Jedes Spiel gewonnen. Er kann nichts machen. Ich bin die Boss. Großartig, Ole. Weil wir festgestellt haben, dass ich das intendiere, immer aus dem Rand rauszufallen, nehme ich einfach jemanden, wo es nicht so einfach ist, aus dem Rand rauszufallen. Und zwar Kirby. Hatte ich Kirby schon mal? Hatte ich schon mal, aber ist egal. Du musst ja auch mal bei deinen Stärken bleiben. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nicht ein Donkey Kong. Bei deinen Leisten. Ähm, mm, 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 mm. Eins klein war es auch schon, aber schwierig. Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong. Der Bowser. Ja, der ist sehr langsam. Das ist das langsamste Duell aller Zeiten. Slow-Mo oder was? Das müssen wir noch, das Video werden wir wahrscheinlich in Slow-Mo produzieren, dass es noch extra langsam ist. Zumindest eine gerade Stage. Alles klar. Das wird ein witziger Kampf. Bin zu schnell. Deutsche Bahn. Genießen Sie das Leben von Zügen. Oh, da kam der Rettung, Junge. Oh, da kam der Rettung, Junge. Oh, da kam der Rettung, Junge. Oh, da kam der Rettung. Oh, da kam der Rettung, Junge. Oh, da kam der Rettung. Komm her. Was ist der Essen? Das war der Kampf zu null. Sehst du doch. Oh, so, da sehe ich den Kampf zu null. Kann ich so. Scheiße. Ja, oh, ein Prozent. Junge, ab geht's. Oh, stimmt, dass es das gewesen wäre. Einschlag. 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 Oh. Scheiße. Komm her, da haben wir Feuer dabei. Kill it with fire. Oh, nein. Oh, ich hab's abgewehrt. Und weg mit dir. Wie hast du das geschafft? Das ging doch gar nicht. Stopp, du schieb, ich bin tot. Weg mit dir. Mit deinem Schutz. Ich bin so schnell. Oh, falsche Richtung. Ah. Und warf, kommt auf. Nicht, dass ich durchgehe. Das heißt, Basti. Weg mit dir. Eisern und Klauen oder sowas. Hat beim Pokémon auch immer geholfen. Oh, was? Wieso treffe ich denn nicht? Komm her. Ah, ich bin halt Pro-Spieler, muss ich sagen. Mit Teufel. Ich weiß, ich sperr's. Ich krieg langsam nicht auf Frust. Ist das? Hallo. Alter, jetzt ist das Kraft. Hä, jetzt wieder. Was ich mach? Eingelegt. Ah. Ah. Den Flug war noch. Ja. Wieso ist dir das Ding nicht kaputt gegangen? Du hast doch in eine falsche Richtung geworben, oder? Ne, ich hab's gegen einen geworfen und da ist das abgeprallt. Was hast du da? Zeig mir dein Geschenk. Ich hab gedacht, ich könnte nicht runterhauen. Nein, warum springe ich da ab? Oh, du doch schlack. Bin mir fest. Weg mit dir. Ich habe sogar Eitens gebracht. Oh, die Bombe. Eierbomben. Tretel. Oh, das werde ich trotzdem nicht schaffen. Super, Smash geht es so schwer sein. Nein. Das hätte... Beinung. Anzahm. Ja. Oh, es nicht. Warum hat es kein Schaden gemacht? Weil ich es weggeschlagen hab. Außerwütend. Naja. Außer ich langsam mehr. 4 Minuten war schon, also ich glaube die letzte Folge war so 2 Minuten oder so. Und ja, es wird irgendwann auch mal eine Folge kommen, wo ich gewinne. Hoffe ich. Arschloch. Kein. Also, bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.